Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Abgeordnete, am 1. April schrieb die Sächsische Zeitung, dass wir in Sachsen ungefähr 14.500 Sozialwohnungen zu wenig haben. Und jetzt wollen Sie als CDU und SPD auch über dieses Thema, über den sozialen Wohnungsbau, über den Wohnungsmarkt diskutieren. Ich hätte eigentlich fast gedacht, auch bei dem Debatten-Titel, dass es sich eher um eine grüne Debatte handelt, so frei nach dem Motto, und so hören wir es ja von Rot-Rot-Grün, bezahlbares Wohnen für jeder Mensch von überall, überall. In Wirklichkeit meinen Sie aber Enteignung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass die Linken und die Hellroten wirklich so deutlich über die Enteignung sprechen. Von den Grünen wissen wir es ja, Herr Habeck hat ja letztens ehrlicherweise die Katze aus dem Sack gelassen. Nun muss man sich aber tatsächlich die Frage stellen, ist es denn so, dass wirklich jeder Mensch überall wohnen können muss? Ist es ein Problem, dass Mieten im ländlichen Raum nicht kostendeckend sind? Ist es ein Problem, dass Mieten in der Stadt in Teilen explodieren oder sehr stark anziehen? Das ist ja in westdeutschen Großstädten in Ballungsräumen anders als bei uns hier, wo uns in Sachsen geht das ja bei den Problemen, die Sie beschreiben, sind wir alle noch irgendwo im gelben Bereich. Ich sage mal so, der Wohnungsmarkt ist ein Markt und ein Markt regelt sich zuallererst einmal durch Angebot und Nachfrage. Wenn Sie dieses Prinzip außer Kraft setzen, dann wird jede Initiative zum Neubau erstickt werden, weil man natürlich seine Kosten am Ende auch nicht decken kann oder die notwendigen Renditen nicht bringt. Weil jeder, der in teuren Lagen Häuser baut, der teure Grundstücke kauft, hat natürlich auch gewisse Kapitalbindungskosten. Das ist mal eine Frage, rechnet es sich oder rechnet es sich nicht? Also passen Sie auf, was Sie tun. Und ich kann nur ganz klar sagen, Planwirtschaft führt zum Verfall. Das haben wir schon mal gehabt. Schauen Sie sich an, wie unsere Städte damals ausgesehen haben. Und mit dem Mietstopp, das ist natürlich wirklich eine reine sozialistische Politik, die hier machen. Die SPD hat ihre eigene Tradition wiedererkannt, aber leider sind sie da 100 Jahre hinterher. Fakt ist auch, wir haben den Trend des Zuzugs in die Großstädte. Ja. Und das ist ein weltweiter Trend. Das ist kein reines sächsisches Phänomen. Aber hier bei uns ganz konkret sollten wir vielleicht auch mal den Blick ins Umland wagen. Im Umkreis von 45 Minuten mit dem öffentlichen Personennahverkehr oder zum Beispiel auch mit der S-Bahn haben wir allein 1.800 freie Genossenschaftswohnungen um Dresden herum. Und das ist ja nur ein Ausschnitt vom Markt. Das heißt, tatsächlich sind noch viel mehr Wohnungen frei. Also verbessern Sie die Verkehrsanbindung an das Umland und dann erreichen die Leute auch in zumutbarer Zeit ihre Arbeitsplätze, die Sie hier in Dresden finden können. Und schauen wir mal in ein großes deutsches Online-Vergleichsportal, wo man denn nach Mietwohnungen suchen kann. Habe ich mal eingegeben, 380 Euro Miete bis zu. Und dann finden Sie in Sachsen tatsächlich ein Angebot von 14.500 Wohnungen. Also, Sachsenweit, die Wohnungen sind frei. Maximal sind 23.000 Angebote. Aber es ist auch nur ein Vergleichsportal. Es gibt natürlich auch noch andere. Auch das ist wieder nur ein Ausschnitt des Marktes. Das heißt, wir haben in Sachsen in dem Sinne kein Wohnungsproblem, sondern allenfalls ein Erreichbarkeitsproblem. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wie gehen wir denn mit denjenigen um, die schon in den Wohnungen wohnen, also mit den Bestandsmietern. Natürlich ist es so, dass eine Familie, dass ein Rentner auch das Recht hat und das Recht haben soll, in seiner Wohnung weiter zu wohnen und nicht wegen steigenden Mieten ausziehen zu müssen. Auf der anderen Seite haben wir eben auch das Interesse der Vermieter, die ihre Häuser sanieren wollen, die ihre Häuser auch sanieren müssen, damit sie weiterhin marktgängig bleiben. Weil sonst heißt es ja später, der Vermieter hat nur Geld einkassiert und hat die ganzen Jahre nichts gemacht. Dann will auch niemand mehr einziehen. Das heißt, hier muss es einen Ausgleich finden. Also der erste Ausgleich ist einfach auch im Markt gegeben und in den Grundsätzen des ehrbaren Kaufmanns. Man macht keine Geschäfte, wo eine Seite von beiden über den Tisch gezogen wird. Das ist eigentlich eine Ehrensache, aber dass Kapitalgesellschaften da teilweise weit weg sind, das wissen wir auch. An so einer Stelle müsste dann natürlich ein gesetzlicher Ausgleich hergestellt werden. Da muss eine Bremse eingezogen werden, wenn es denn zwingend notwendig ist im Einzelfall. Aber besser ist es natürlich, das über die Subjektförderung zu machen, über Kosten der Unterkunft oder über das Wohngeld. Je nachdem, was für den Einzelnen greift. Aber da brauchen wir verbindliche Mietspiegel, auch in den größeren Städten, wo wir ein Problem haben. Denn das haben wir nicht überall und das könnte man irgendwo nochmal angehen, damit man die Kosten auch richtig berechnen kann. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, was ist der beste Schutz vor steigenden Mieten? Na, Wohnen bei Mutti ist es wohl nicht. Es ist das selbstgenutzte Wohneigentum. Und in Sachsen liegt 12 Prozent hinter dem Bundesdurchschnitt, was das selbstgenutzte Wohneigentum angeht. Deutschland ist Schlusslicht in Europa. Und sozial ist es aber dann, wenn Sachsen von einem Mieterland zu einem Eigentümerland werden könnte. Und die staatlichen Programme, die es dazu gibt, die sind leider zu kurz. Sie greifen nicht mehr, wenn zum Beispiel eine junge Frau, die jetzt 38 Jahre alt ist, wo die Kinder aus dem Haus raus sind, wenn die jetzt noch eine Wohnung haben möchte, selbstgenutztes Wohneigentum ist von Ihren Programmen nicht erfasst. An dieser Stelle müssen Sie einfach nachbessern. Sie gestatten die Zwischenfrage von Ihrem Kollegen Barth. Bitte sehr. Ja, ich gestatte, Herr Barth. Das ist nett, Herr Wibbel. Sie haben jetzt gerade über privaten Wohnungsbau und Förderung gesprochen. Ich war unlängst in Blauen und habe festgestellt, dass es dort ein Problem im innenstädtischen Wohnen gibt. Durch migrantischen Zufluss sind bestimmte Wohnungsgrößen zu behaupten, dass dort einheimische Bevölkerungsgruppen derzeit auf dem Wohnmarkt kaum noch vorhanden. Welchen Einfluss hat sozusagen die Zuwanderung aus Ihrer Sicht auf unseren sächsischen Wohnungsmarkt in den Großstädten? Ja, danke, Herr Barth, für diese Frage. Also ich denke, das ist eher eine globale Frage, die man mal betrachten muss. Also tatsächlich, es gibt da drei große Themen, die man noch ansprechen muss in dieser ganzen Sache eigentlich. Da haben wir nämlich einmal die Baupreise, das sind Fragen, die erneuerbare Energienverordnung macht das Bauen teuer. Und wenn Bauen teuer wird, dann ist es einfach unattraktiv, natürlich zu bauen. Und das betrifft eben auch Städte wie Plauen. Plauen ist übrigens auch eine der Städte, die durchaus aufstrebend sind, die auch einen gewissen Zuzug haben. Und ein anderer Punkt ist natürlich der, wo kommen denn die ganzen Renditen her? Warum wird es für die Leute teuer, dass sie es nicht mehr leisten können? Das ist ganz klar. Wir haben natürlich die Euro-Rettung mit der daraus sich ergebenden Nullzinspolitik. Irgendwo müssen die Renditen herkommen. Die holt man sich dann natürlich bei den Mietern, weil das Kapital auf den Wohnungsmarkt fließt. Und natürlich der letzte Punkt, jetzt komme ich zu Ihrer eigentlichen Frage. Es ist tatsächlich, solange wir in Deutschland einen Mangel an Wohnungen haben, bundesweit, aber jedes Jahr zulassen, dass Einwanderer, unkontrolliert, in Größenordnung von einer deutschen Großstadt jährlich auf unseren Markt kommen, werden natürlich solche Probleme immer entstehen. Ja, wir haben das, wir haben das, Herr Gebhardt, ich erkläre Ihnen das natürlich sehr gern. Diese Personen, die nämlich nach Deutschland kommen, ziehen ja nicht in den ländlichen Raum, sondern sie zieht es ja auch in die Großstädte. Und wenn sie in den Großstädten sind, entsteht in den Großstädten ein Kampf derjenigen, die schwach sind, die wenig haben. Von denjenigen, die wenig haben, ja, auf der einen Seite, nämlich die, die neu dazugekommen sind, und die, die wenig haben, weil sie hier keine auskömmliche Arbeit haben. Das heißt, die beiden Gruppen streiten sich am Ende um den wenigen verbleibenden günstigen Wohnraum. Das gehört zur Wahrheit auch dazu, aber das hat leider von Ihnen noch keiner gesagt. Und deswegen danke ich auch Herrn Barth, dass er diese Frage gestellt hat. Meine Damen und Herren, also die, ich bin jetzt fertig mit der Beantwortung der Frage. Das habe ich bemerkt, ja. Ja, Sie müssen einfach nachbessern. Ja, wenn Sie diese großen Probleme nicht angehen und im Kleinen nicht agieren, dann ist diese Politik, die Sie machen, nein, wenn Sie die großen Dinge nicht angehen und bloß im Kleinen versuchen nachzubauen, dann ist diese Politik eben keine soziale Politik, sondern es ist tatsächlich eine asoziale Politik. Vielen Dank. Vielen Dank.